Musik Hi Leute, diesmal habe ich ein geschichtliches Comic dabei, und zwar Nieder mit Hitler vom Avant Verlag, geschrieben von Jochen Wold und illustriert von Hamed Esrat, welches mir der Verlag freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Diese Geschichte beruht auf dem Leben des Karl Metzeners, geboren am 2. Oktober 1927 in Großbreitenbach und verstorben im Alter von 90 Jahren am 26.08.2018, also erst vor ein paar Tagen. Mein Beileid an dieser Stelle geht auf alle Fälle an die Hinterbliebenen, doch in seinem Leben hat er viel erlebt und in einem kleinen Teil dessen gibt uns diese Graphic Novel nun einen Eindruck. Die Geschichte nimmt seinen Anfang 1960 in Ost-Berlin. In Tristengrau wird ein Mann aufgegriffen und in ein Verhörzimmer geschleppt und erstmal allein mit seinen Gedanken gelassen. Ich hatte ja nichts verbrochen! Und das Rad der Geschichte dreht sich noch ein Stück zurück ins Jahr 1939. Wir lernen den jungen Karl kennen, Spitzname Metze, nach dem Rennradfahrer Erich Metze. Doch er selbst ist das ganze Gegenteil seines Vorbildes, eher klein und schmächtig. Und für ein Fahrrad hat die Familie auch kein Geld. Wir merken schnell, dass die ganze Familie Metzner nichts mit dem Hitler-Regime zu tun haben möchte. Freunde und Kollegen wurden vertrieben, weil sie Juden waren. Und der gute Karl kann nicht mal das obligatorische Fahrtenmesser der Hitlerjugend in der Hand halten, ohne Schweißausbrüche zu bekommen. Bei Treffen der Hitlerjugend lässt er es regelmäßig einfach daheim. Im Sommer 1942 besucht er die Handelsschule und lernt dort den jungen Jochen Bock kennen, dessen Bruder bei Stalingrad als verschollen gilt. Etwas, was dem guten Jochen sehr zu schaffen macht und am Regime zweifeln lässt. Die beiden beginnen ausländische Radiosendungen zu hören und stellen schnell fest, dass nicht alles so ist, wie einem das Vaterland so weismachen möchte. Als die Achse Berlin-Rom brach, stellten sich die Jungs die Frage, wie soll es weitergehen? Aus jugendlichem Leichtsinn, so würde ich es jetzt schildern, hinterließen sie an ihrer Tafel im Klassenraum eine Zeichnung. Welches die gebrochene Achse symbolisieren sollte und darüber prangerten die Worte Achsenbruch. Und darunter neckisch der Spruch, der Führerschein wird entzogen, dabei Führer dick unterstrichen. Dies alleine hätte Karl und der ganzen Klasse schon allein viel Ärger einbringen können. Doch der Lehrer ließ Nachsicht weiten, verließ einfach den Klassenraum mit den Worten, meine Herren, bitte richten Sie die Tafel für die nächste Stunde ein. Es wurde vom Lehrer nicht weiter angesprochen, doch die Schüler sprachen noch eine Zeit lang darüber. Ich möchte sagen, hier setzte sich der erste Gedanke fest, es muss etwas geschehen. Auf den verbotenen Radiosendern hörten Karl und Jochen die Aufrufe des Nationalkomitees Freies Deutschland und bildeten prompt mit den Freunden Gerd Bergmann, Helmut Emmerich und Joachim Nerke die Erfurter Zelle des Komitees. Sie schrieben die Aufrufe der Radiosendung nieder und verteilten diese als Flugblätter in der ganzen umliegenden Gegend. Doch dies sollte sich rächen, als die Gestapo bei Karl und den anderen vor der Tür stand und sie festnahm. Als politische Gefangene des Verrates beschuldigt, wurden sie ins Gerichtsgefängnis gebracht. Eingeprägt hat sich bei Karl und seinen Freunden ein zum Tode Verurteilter, welcher auf dem Platz zur Hinrichtung geführt wurde und rief, Sind hier die Politischen dabei? Ihr armen Schweine, so jung und müsst schon sterben. Wie würde wohl das hohe Gericht für sie entscheiden? Die Erzählung wechselt immer wieder zwischen der Zeit des DDR-Regimes und des Hitler-Regimes hin und her. Wir sehen die Ereignisse zur Zeit des Zweiten Weltkrieges an sich immer nur als Rückblende, dafür aber in Farbe, während die Zeit der DDR sozusagen die Jetztzeit darstellen soll. Und diese ist dabei aber in Grau gehalten, was ich aber auch dabei gerade besonders interessant fand, vor allem, weil es auch die Stimmung tragen sollte, weil ja sehr viel Druck auf Karl zu diesem Zeitpunkt lag. An sich muss man auch sagen, das Leben des Karl Metzner würde ohne Probleme noch einen weiteren Band tragen. Hier geht man im Großen und Ganzen nur auf die Geschehnisse rund um die Erfurter Zelle des Nationalkomitees Freies Deutschland ein. Aber sein Leben gibt noch weitaus mehr her, was auch angerissen wird, aber nicht vertieft. So die Zeit bei der Wehrmacht und der darauffolgenden Kriegsgefangenschaft und die damit einhergehende feindliche Gefangenschaft und eben sein Finden zur Religion in dieser Zeit, welches auch dazu führte, dass er dann eben ein evangelischer Pfarrer wird. Dies wird auch angerissen auf einer Doppelseite, aber ja, man muss hierbei auch bedenken, dass eben noch vieles dazwischen spielt zu diesen einzelnen Punkten. Unter anderem hat ihm bereits sein General gesagt, ja, ich bin mit dir nicht zufrieden und mir gefällt nicht, was du damals gemacht hast, morgen wirst du erschossen. Und dann kamen die USA, hat und ja, haben sozusagen seine Einheit gefangen genommen und das hat ihm das Leben gerettet. Das führte aber wiederum, ja, zu seiner Gefangenschaft in Marseille. Und ja, das war sehr, sehr unangenehm und auch eine sehr harte Zeit. Und ich denke, allein dieser ganze Zeitraum könnte wahrscheinlich nochmal einen komplett eigenen Band füllen. Hierzu empfehle ich auf alle Fälle das Interview vom Zeitzeugenportal. Das werde ich unten in die Beschreibung hauen, damit ihr da vielleicht euch auch noch ein bisschen schlauer machen könnt. Geht einem auf alle Fälle schon sehr nah, was dieser Mann so erlebt hat. Auch sein Widerstand gegen die Regierung der DDR findet Erwähnung. Hätte aber weitaus mehr noch ausgebaut werden können, da eigentlich nur gezeigt wird, dass er nicht bereit war, die Mitglieder seiner Gemeinde für die Stasi zu bespitzeln. Er hat aber noch viel mehr, sagen wir mal, zivilungehorsam damals geleistet. Unter anderem ist er nicht zur Wahl gegangen, was auch erwähnt wird. Aber man kann nicht einfach so nicht zur Wahl gehen in der DDR. Und dementsprechend musste er sich da auch was noch einfallen lassen, wie er das erklären konnte. Einer dieser interessanten Punkte, die dieses Comic leider auslässt, geschah um 1980. Da wurde er unter anderem von der Volkspolizei auf dem Weg zu seinem Gottesdienst abgefangen, weil er angeblich ein volksverhetzendes Symbol trug, und zwar Schwerter zu Flugscharen. Und das durfte er nicht tragen. Der Volkspolizist hat zu ihm gesagt, wenn, dann nehmen Sie es jetzt ab oder ich nehme es Ihnen ab. Aber er hat einfach nur ganz hart gekontert. Das Einzige, was ich jetzt muss, ist zu meinem Gottesdienst fahren, zu meiner Gemeinde. Das hat der Polizist dann auch, nachdem er mit seinen Chefs gesprochen hat, auch so erstmal durchgehen lassen. Aber ihm klar gemacht, morgen stehen Sie bei uns auf der Wache und geben das Symbol ab. Und das ist eben auch schon so etwas, das hätte ich auch gerne noch umgesetzt gesehen, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass dies schwer war. Des Weiteren setzt er sich Zeit seines Lebens immer wieder für Frieden ein. Und das alleine finde ich so erwähnenswert, dass obwohl dieser Mann eigentlich schon so viel durchgemacht hat, sich immer noch eben weiterhin für den Frieden einsetzt. Das ist einfach wirklich genial. Die Geschichte von Jochen Bock und Karl Metzner blieb aber lange unerzählt. Dies verdanken wir in erster Linie auch wieder der ehemaligen DDR, welches nur eine bestimmte Art des Antifaschismus unterstützt hat. Jedoch keine, wo auch Punkte angesprochen wurden, die vielleicht auch gegen die eigene Regierung stimmen könnte, wie zum Beispiel Zensur, Meinungsfreiheit und dass man eben an Radiosender aus anderen Ländern nicht hören durfte. Und so wurde Karl dann auch der Titel des, ja, Verfolgten des SS-Regimes einfach aberkannt, ne. Und damit fiel auch diese ganze Geschichte einfach komplett unter dem Tisch, ne. Natürlich trug dann auch noch eben, dass Karl eben die Zusammenarbeit mit der Stasi, ja, verwehrt hat auch noch ihr Übriges dazu bei, ne. Ja, und erst 25 Jahre nach dem Mauerfall bekam die Gruppe rund um Jochen Bock noch späte Anerkennung. Und dies auch nur, weil eben Studenten, ja, Ereignisse, die 70 Jahre zurücklagen, recherchiert hatten und dabei eben zufällig auf diesen Teil unserer Historie gestoßen sind. Die Zeichnungen dieser Graphic Novel sind zu einem sehr minimalistisch, so würde ich es beschreiben, aber zu anderem auch sehr detailreich, also fast detailverliebt. Das ist eine Mischung, die ich eher so nicht kenne, ne. Gerade bei den Hintergründen kommt diese Liebe zum Detail sehr gut zur Geltung. Es finden sich so viele schöne Punkte, so viele, gerade die Gebäude, die sehen einfach wunderschön aus, ne. Gefällt mir sehr gut, die Geschichte ist mehr als flüssig geschrieben und ihr wisst, das ist etwas, worauf ich viel Wert lege, ne. Und mich fesselte sie auch wirklich und nahm mich regelrecht mit auf eine Geschichtsreise, ne. Ja, bei mir ist es ja so, nach der Lektüre eines solchen Werkes muss ich mich natürlich auch mit den geschichtlichen Hintergründen befassen und das habe ich natürlich ausgeblich gemacht. Zu einem gibt das Buch uns gleich selbst alles Nötige mit, was wir da so brauchen. Da wäre zu einem erstmal die Geschichte über die Widerstandsgruppe selbst und wieso sie eben so lange ein Geheimnis war. Dann aber auch eben Biografien zu Karl Metzner, zu Jochen Bock, Gerd Bergmann, Helmut Emmerich und Joachim Nerke. Dann sieht man hier auch noch ein paar alte Schulfotos, die meiner Meinung nach eigentlich viel zu scharf aussehen für die damalige Zeit. Also da hat man sehr viel Wiederaufbearbeitung gemacht. Aber man findet hier auch wirklich noch einen Auszug des damaligen Flugblattes, welches sie eben, ja, verteilt haben, ne. Und dann haben wir auch noch eine kleine Seite darüber, wie es eben zu diesem Comic kam, ne. Auf alle Fälle schon mal sehr schön. Natürlich hat mir das alleine noch nicht gereicht, dementsprechend auch noch das Internet durchforstet und ein bisschen was gefunden, ne. Vor allem sehr angetan hat es mir dann natürlich eben das Interview mit Karl Metzner von, ich glaube, 2015 vom Zeitzeugenportal, was ich mir gleich ansehen musste. Wie gesagt, wird in der Playlist und in der Beschreibung sein, genauso wie zum Comic selbst natürlich, ne. Was mich noch intensiver über alles nachdenken ließ und mir noch mehr vor Augen führte, wie sehr die fünf Jungs ihr Leben für eine gerechte Sache riskierten. Und das eigentlich ohne sich dessen bewusst zu sein, ne. Und noch mehr Achtung muss man an sich vor Fahrer Karl Metzner haben, dass auch nachdem er dieses Schicksal bereits durchlebt hat, und das in mehrfacher Hinsicht, nicht nur auf dem Teil, was wir jetzt aus diesem Comic kennen, sondern auch noch auf seine Kriegsgefangenschaft, dass er trotz allem sich immer wieder gegen Dinge zur Wehr setzte, welche in seinen Augen nicht richtig waren, ne. Und auch hinter dem Zusatztitel des Buches, es heißt ja nicht nur Nieder mit Hitler, nein, es hat ja auch noch den Titel, oder warum Karl kein Radfahrer sein wollte, versteckt sich in meinen Augen auch noch eine schöne und auch gleichzeitig traurige Anekdote, die aber auch eben diese Geschichte zusammenhält, sie ist so wie der Kleister dazwischen, wobei eben auch da habe ich dann im Interview eben noch mehr gemerkt, dass da noch viel mehr Punkte gab, die das hätten noch mehr verdeutlicht. Nieder mit Hitler ist eines dieser Comics, eines dieser Werke, welches ich einfach wirklich jedem empfehlen möchte. Es ist ein Teil unserer Geschichte, unsere Historie, die uns zeigt, dass der Mut zum Kampf in jedem stecken kann, selbst in kleinen und mächtigen Gesellen, ne. Und das sollten wir uns, ja, verinnerlichen, möchte ich sagen. Es ist auch etwas, was meiner Meinung nach im Schulunterricht gelesen werden sollte, wieder mal. Leider gibt es viele Comics, die man dafür gut nehmen kann, aber leider passiert das viel, viel zu selten in unserer Schule, weil Graphic Novels immer noch nicht anerkannt sind, obwohl mittlerweile ja viel dafür getan wird, möchte man ja auch meinen, ne. Das wäre perfekt für den Geschichtsunterricht, aber auch für den Deutschunterricht. Es ist wirklich ein Meisterwerk in meinen Augen und es ist so bedeutsam. Klar, wie gesagt, man hätte noch etwas mehr hineinpacken können, aber das hätte auch den Rahmen in gewissem Maße wahrscheinlich überzogen, aber der Inhalt wäre noch da, um noch ein weiteres Buch nur mit der Geschichte des Karl Metzners zu erzählen. So ist es einfach. Am Ende bleibt mir nur eins zu sagen. Wer nicht bereit ist, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, der ist auch verdammt, die Fehler aus dessen immer wieder zu wiederholen. Etwas, was mir persönlich gerade in den letzten Jahren immer deutlicher wird, wenn ich so auf Deutschland, aber auch auf den Rest der Welt schaue. In dem Sinne, holt euch unbedingt nieder mit Hitler und ich würde sagen, das war's Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.